Zerfos Basitox hier. Neue Fortbyte Herausforderungen. Fortbyte Nummer 17. Sorry Leute, ich bin heute um einiges zu spät, aber es ging leider nicht früher. Die Quest lautet zu finden in einem Fischgebäude aus Holz. Und das ist genau hier bei den ganzen Wasserfeldern, bei den heißen Quellen. Da sehen wir auch schon da hinten links neben meinem Marker ist so ein kleines Holzgebilde. Und das ist eben ein Fisch aus Holz. Und da ist der Fortbyte Nummer 17 drin. Und da fliegen wir jetzt auch direkt hin. Oh, wir sind übel hoch. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig runter. Genau, da ist die Station und hier links davon ist der Fisch. Und wir müssen nicht in diesen vorderen großen Teil hier, wo hier die Seite noch dran ist, sondern hier hinten in die Flosse. Und da landen wir jetzt auch direkt. Also ich kann schon mal sagen, Dienstag und Donnerstag ist immer ein bisschen schwer, weil da habe ich Nachmittagsschule. Und da komme ich erst um drei, also beziehungsweise um viertel nach drei bin ich dann erst zu Hause. Und wenn da noch Hausaufgaben sind und alles mögliche, keine Zeit, dann mulchlos. Okay, ich will euch jetzt auch nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Ja genau, ja hier weiß ich schon. Hier geht's rein. Den Sammeln zu finden in einem Fischgebäude aus Holz. Da haben wir ihn. Quest erledigt. Und genau, deswegen ist es Donnerstag und Dienstag immer ein bisschen schwierig. Aber das war es auch schon wieder. Hoffentlich hat euch das Video geholfen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ciao.